Notruf H.A.F.E.N.K.A.N.T.E. Star Mark B.A.R.T.H.E.L. Über seine Anna. Für meine Frau mache ich alles. Hamburg, Ex, Bachelorette, Anna Hofbauer, 35, und Notruf Hafenkante, Schauspieler Mark Bartel, 33, sind seit mehreren Jahren ein Paar, seit 2020 verheiratet und inzwischen Eltern zweier Kinder. Tag 24 hat die beiden getroffen und festgestellt, selbst auf den roten Teppichen zeigen sie sich immer noch sehr verliebt. Nicht nur auf Instagram zeigen sich Notruf Hafenkante, Star Mark Bartel, 33, und seine Frau Anna Hofbauer, 35, immer noch total verliebt. Auch auf den roten Teppichen sind die beiden jedes Mal wieder ein Herz und eine Seele. Hat die beiden sowohl beim Audi-Esket-Renntag, in Hannover, als auch bei der Angermeier-Trachten-Nacht, in Berlin getroffen und festgestellt, die Funken sind noch lange nicht erloschen. Besonders in Berlin zeigte sich der Schauspieler von seiner besonders liebevollen Seite und machte seine Anna vor laufender Kamera eine Mini-Liebeserklärung. Für meine Frau mache ich alles, sagte er im Gespräch mit Tag 24. An diesem Abend hatte er sich für sie sogar in enge Lederhosen geworfen, um der gebürtigen Bayerin extra gut zu gefallen. Seit 2020 sind die beiden Schauspieler verheiratet. Inzwischen haben sie zwei gemeinsame Kinder und leben in Hamburg. Mark Bartel, ohne sie könnte ich das alles gar nicht machen. Und auch in ihre kleine Familie geben die beiden ab und zu Einblick via Social Media. Und gerade weil der 33-Jährige aufgrund der Dreharbeiten der neuen Staffel, Notruf Hafen kannte, ziemlich eingespannt ist, ist er seiner, besseren Hälfte, Anna umso dankbarer. Die Schauspielerin und Sängerin halte ihm, wo sie nur könne, den Rücken frei. Meine Frau ist super fleißig. Ohne die könnte ich das alles gar nicht machen. Gerade durch die Einführung meiner neuen Partnerin, Lili Holunder, 37, drehen wir ganz viel im Moment. Und meine restliche Zeit möchte ich dann für meine zwei sehr frechen Kinder zu Hause haben, lachte er im Interview. Anna selbst verriet in unserem Gespräch, dass sie in ihrer Rolle als Mama zwar total aufgehe, sich aber natürlich auch sehr darauf freue, wenn sie sich wieder beruflichen Projekten widmen kann, die sie liebt. Ich bin gespannt, was da die nächste Zeit alles kommt. Und wenn es was gibt, werde ich das gerne erzählen. Und wenn es so weit ist, wird ihr Ehemann Mark Bartel hoffentlich genauso den Rücken frei halten können. Und wenn es so weit ist, wird das gar nicht machen können.